Heute sind wir zu Besuch bei der Giga Berlin, bei Tesla und wir werden uns die Produktion ansehen, wir werden das Management treffen und ja, ich freue mich einfach jetzt, ich bin das erste Mal da hier, Giga Berlin live zu erleben. Ja, jetzt sind wir in der Gigafactory, natürlich Richard, also unser Tesla-Experte ist mit dabei, aber noch viel wichtiger, André, der Chef, vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns findest und ja, wir wollen direkt rein starten, zuerst mal eine ganz kurze Frage zu dir selber, wie bist du eigentlich hier hingekommen? Ja, also ich bin selber seit knapp 25 Jahren in der Automobilindustrie unterwegs, habe ziemlich genau 2000 angefangen, damals mit einer Berufsausbildung, dann berufsbegleitend studiert und habe 20 Jahre bei Ford gearbeitet in Köln, genau, bei Ford in Köln und Rheinland in Köln gelebt und ja, war da auch viel im Ausland unterwegs und dann, ja, wie es manchmal so läuft, kam der Anruf, hättest du nicht Interesse, damals war das hier noch ein großer Sandspielplatz und bin dann seit August 2020 hier bei Tesla beschäftigt und ja, wie gesagt, damals war es eine große Baustelle und heute ist eine Fabrik. Für uns natürlich auch immer spannend, wie laufen solche Karrieren ab, das heißt, wo warst du bei Ford, wenn du das sagen darfst und wo bist du dann quasi bei Tesla gestartet? Also bei Ford habe ich verschiedene Positionen begleitet, aber war hauptsächlich in der Fertigungsplanung im Lackierereigeschäft unterwegs und habe dann hier quasi ursprünglich mal begonnen als Leiter für die Lackiererei. Ah, okay, und dann hat das, das hier läuft, das Spannende, was wir auch in unserem Unternehmen versuchen zu leben, wenn jemand wirklich dann den Drive hat und die Motivation, ihn halt zu nehmen und zu sagen, hey, der kann mehr und egal, ob der jetzt in Harvard war oder keine Ahnung was, sondern der ist der richtige Kopf an der richtigen Stelle und den bringt man nach oben und heute leitest du die gesamte Gigafactory. Die Gigafactory mit Ausnahme im Grunde der Antriebsfertigung. Ja. Der Kollege Heiko, der leitet den Bereich Zelle, Drive Unit und Battery, aber den Bereich, wo wir jetzt hier sind, den leite ich, ja. Und hier sind 12.000 Mitarbeiter? Gut, 12.000 Mitarbeiter mittlerweile, ja. Crazy, okay. Das heißt, du bist da auch dann reingewachsen als Person auf einmal, weil dann musst du Mitarbeiter leiten, es gibt Menschen, die sind unglücklich und so weiter. Hoffentlich nicht, hoffentlich weniger. Und es ist ja auch so schön hier zu sehen, wir sind wirklich in der Fabrik für uns als Softwareleute, was schön ist auch mal, weil echt eine Produktion zu sehen, aber genau, Richard, vielleicht legst du da los. Genau, Andrik, vielleicht kannst du uns einmal für die Leute, die das nicht wissen, einführen, was wird hier eigentlich gebaut und, also offensichtlich ein Auto, aber welche Teile des Autos und so weiter, dass wir da einmal einen Überblick bekommen. Ja klar, also wir bauen das Model Y, nicht irgendein Auto, meistverkaufte Auto Europas, meistverkaufte Auto der Welt, ein Elektroauto, das finden wir schon auch ganz besonders, da sind wir auch echt stolz drauf. Und wir bauen das komplette Auto hier, also Tesla ist ja auch ein Stück weit dafür bekannt, eine hohe vertikale Integrität zu haben. Und ja, wir haben im Grunde alle Fertigungsprozesse hier am Standort, Gießerei, Presswerk, natürlich Lackiererei, Rohbau, Endmontage, aber auch die Kunststofffertigung, Kunststofflackierung, beginnen gerade mit der Batteriezellfertigung, Batteriemontage, Antriebseinheit, also da passiert wirklich sehr, sehr viel hier direkt am Standort. Das heißt also wirklich, die Batteriezellen werden auch jetzt hier langsam produziert oder das läuft gerade erst an? Erste Teilkomponenten produzieren wir momentan hier, die wir aber nach Amerika verschiffen, aber noch nicht für die lokale Fertigung. Okay, aber geplant ist, dass das früher oder später im Grunde alles an dieser Stelle hier produziert wird? Geplant ist schon, dass wir hier irgendwann eines Tages wirklich alle Komponenten mal fertigen. Und wie viele Autos baut ihr hier aktuell? Ich glaube, geplant waren mal 500.000 oder so im Jahr. Wie weit seid ihr da? Also wir haben ja vor nicht mal zwei Jahren gestartet. Wir haben am 4. März 2022 sich die Genehmigung erhalten und ungefähr drei Wochen später die ersten 30 Autos ausgeliefert, war Elon auch da. Und ja, wie gesagt, es ist noch nicht mal zwei Jahre her und sind seitdem kontinuierlich hochgelaufen, Einschichtbetrieb, Zweischichtbetrieb, Dreischichtbetrieb und sind jetzt jenseits der 6.000 Einheiten pro Wochenmarke angekommen. Und ja, für uns ist einfach wichtig, dass wir kontinuierlich weiter hochlaufen und das ist so momentan da, wo wir sind. Aber wie gesagt, wir befinden uns auch weiter im Hochlauf. Das heißt, bei euch gibt es aktuell auch ein gewisses Zinsumfeld und so weiter, Nachfragethemen. Bei euch gibt es keinen Stopp, sondern ihr sagt eigentlich, ihr fahrt aktuell einfach hoch. Wir fahren hoch. Ihr fahrt hoch. Okay, so schnell es geht. Und heißt das auch, dass früher oder später auch das Model 3 hier möglicherweise produziert wird? Also es gibt verschiedene Pläne, wie wir hier in der Zukunft weitermachen können. Es läuft ja auch gerade ein Genehmigungsverfahren. Für den weiteren Ausbau der Fabrik, da müsst ihr euch vielleicht auch ein bisschen überraschen lassen, was wir hier am Standort noch alles realisieren. Optionen gibt es viele, aber ich denke, mit dem Model Y sind wir hier momentan gerade sehr gut ausgelastet. Wir haben ja schon von draußen gesehen. Sehr, sehr eindrucksvoll. Aber vielleicht kannst du noch ein paar konkrete Zahlen liefern. Wie groß ist das hier? Sehr groß. Wir nennen sie auch Gigafactory. Das Grundstück, wo die Fabrik drauf gebaut wurde, hat 300 Hektar. Für die, die das nicht so ganz in Korrelation packen können, so anderthalbmal die Größe von Monaco. Es ist schon groß. Und die Fabrik selber, das Gebäude, wo wir drin sitzen oder jetzt drin sind, könnte 31 Fußballfelder aufnehmen. Also hat schon eine gewisse Größe. Und ja, wir haben sicherlich auch noch Pläne hier am Standort auf der Fläche weiter zu exportieren. Wir haben da noch sehr viele Möglichkeiten im Norden dieses Gebäudes. Ich bin vorhin mit dem Zug gekommen. Ihr habt einen eigenen Zug, der zur Fabrik führt. Gab es auch einen Rave? Manchmal gibt es ja so einen Rave in dem Zug. Im Zug, wahrscheinlich nur für Social Media. Aber am Öffnungstag hat man auch extra Musik im Zug. Also das heißt, ihr habt einen eigenen Zug hier gebaut. Habt ihr auch irgendwie die Autobahn erweitert, Güterzüge. Was ist da der Stand? Also der Stand ist im Grunde, also die Zuglinie selbst, das Grundstück hatte schon die Zuganbindung auf jeden Fall. Wir haben aber einen eigenen Personenbahnhof gebaut und betreiben auch einen Zug, eine Zugverbindung von Erkner. Das ist der nächstgelegene örtliche Bahnhof, direkt ins Fabrikgelände. Das heißt, man kann mit der S-Bahn oder Regionalbahn hier nach Erkner fahren, in unseren Shuttle umsteigen und fährt dann direkt aufs Fabrikgelände. Wir planen, und das steht jetzt auch fest, ab April fährt der Zug auch direkt aus Berlin, aus Lichtenberg. Gibt es eine Direktverbindung morgens zur Frühschicht in die Fabrik rein und hoffen, dass wir das auch weiter ausbauen können. Finden wir wirklich sehr wichtig, dass wir die Anbindung an die Fabrik weiter optimieren. Dazu haben wir Buslinien in die umgebenden Orte, zum Südkreuz und an andere Stellen Berlins. Autobahnen haben wir nicht ausgebaut. Die Autobahn, denken wir, ist ganz gut für eine Infrastruktur. Aber die Landstraße im Süden, die L38, die haben wir komplett neu gebaut, um einfach eine bessere Anbindung an die Autobahn zu realisieren und einen besseren Fluss des Verkehrs zum Schichtwechsel und die Logistik. Langfristig planen wir hier auch, noch mehr auf die Schiene zu verlagern. Es gibt eine derzeit, oder bis letzte Woche Freitag gab es eine Einwohnerbefragung in Grünheide. Das ist hier der Nachbarort, zu einer Osterweiterung und zu dem B-Plan-Verfahren der Osterweiterung. Und da würden wir dann sehr gerne einen Güterbahnhof realisieren, wo wir dann einen Großteil unseres Güterverkehrs, sowohl die Outbound-Logistik, also die fertigen Fahrzeuge, als auch teilweise Inbound, also die Produktionsteile, über die Schiene abzufertigen. Das würde ungefähr, um es vielleicht noch zu ergänzen, 1000 LKWs pro Tag Straßenverkehr ersparen, wenn wir das auf die Schiene verlagern könnten. Jetzt ist es ja so, wir haben in Deutschland ja leider aktuell einen Rückgang von der Produktion. Wir sehen also, dass das leider immer mehr ins Ausland verlagert wird und wir auch nicht so stark sind. Jetzt sagst du, sprichst sehr viel über Expansion. Wir wollten noch mehr Model Ys, andere Modelle produzieren. Ich habe ja gerade gesehen, zum Beispiel Intel wurde sehr stark gefördert, um hier nach Deutschland zu kommen. Wie ist da deine Sichtweise darauf? Hast du eine sehr starke Unterstützung, auch hier vom Land, lokal, wie auch von der Regierung? Wie ist da eure Zusammenarbeit, wie ist da der Support an der Stelle? Also wir haben erstmal eine sehr gute Zusammenarbeit hier mit den örtlichen Verfahrensträgern, den Behörden, aber auch dem Land Brandenburg. Sehr engen Kontakt da auch. Und da haben wir auch schon Unterstützung erlebt, auf jeden Fall, sonst wäre das Genehmigungsverfahren auch nicht so schnell abgelaufen. Aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Da muss einfach noch mehr gehen. Im Grunde, wir haben die Fabrik am Ende schneller gebaut, als sie genehmigt wurde, muss man auch mal so sagen. Die Fabrik stand hier und wir haben auf die Genehmigung gewartet. Wir sind damit auch ein hohes Risiko eingegangen, wirklich ein hohes finanzielles Risiko. Ich glaube nicht, dass das viele Unternehmen machen würden. Nebst dem Risiko, dass die Genehmigung vielleicht nie gekommen wäre, mussten wir auch eine Sicherheitsleistung von 100 Millionen hinterlegen. Und falls sie nicht gekommen wäre, wäre damit der Rückbau finanziert worden. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in Brandenburg angekommen, haben hier ein gutes Verhältnis zu allen öffentlichen Trägern. Auch eine super Option. 12.000 Menschen, die brauchen vielleicht ein Hotel, die brauchen ganz viel andere Infrastruktur. Also ich glaube hier sehr interessant. Schulen und ich weiß nicht, was alles, was ich jetzt hier ansiedeln kann, weil 12.000 Menschen haben ja dann wieder und Familie die meisten. Und das sind schon viele, viele Menschen. Wie einfach oder schwer ist es für euch hier, diese, das sind großteils hochqualifizierte Leute zu bekommen? Brandenburg, Berlin ist ja jetzt nicht bekannt für Autoindustrie oder so. Jetzt schon. Wie ist da aus eurer Sicht die Schwere oder Einfachheit, die entsprechenden Leute zu kriegen? Also erstmal, dass wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit über 12.000 Leute einzustellen, das spricht schon mal für sich. Also das haben wir geschafft. Ich denke auch Leute, die sich ganz bewusst für Tesla als Arbeitgeber auch entschieden haben, diesen Weg mitzugehen. Auch daran glauben, für ein Unternehmen zu arbeiten, was nicht durch eine Transformation gehen muss, nicht durch diesen schmerzhaften Prozess des Wandels gehen muss, sondern sich wirklich der Zukunft widmen kann. Wir haben keine Altlasten, die wir erstmal abarbeiten müssen. Und die Leute sind ja jetzt erstmal da. Und wir qualifizieren viel selbst und haben auch ein sehr großes Ausbildungsprogramm. Wir sind mittlerweile der größte Ausbildungsbetrieb, nebst natürlich der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber, auch der größte Ausbildungsbetrieb Brandenburgs. Aber ja, wir rekrutieren wortwörtlich grenzenlos, um einfach zu schauen, dass wir die besten Leute für uns gewinnen können. Aber nichtsdestotrotz, der Fachkräftemangel, den spüren wir auch. Es ist nicht einfach, Facharbeiter zu finden. Das muss man schon auch sagen. Da haben wir auch noch Bedarf weiter einzustellen. Bei all der Größe gibt es natürlich immer auch Gegenwind. Menschen sagen, oh, will ich denn überhaupt Elektroautos haben? Da gibt es ja auch genug Leute, die das noch in Frage stellen, die wollen das mal ignorieren. Aber es gibt auch Menschen zum Beispiel, die sagen, hey, die Gigafactory in Berlin, die verbraucht vieles, viel Wasser. Da gab es diese berühmte Szene mit Elon, einem anderen Politiker und so weiter. Was sagst du den Menschen, die sagen, sag mal, ihr klaut uns ja das Wasser, jetzt mal ganz böse gesprochen. Ja, also sehr leidige Story, muss ich mal wirklich sagen. Es nervt manchmal auch, dass es auch immer wieder verwendet wird. Es ist ein Stück weit unsäglich, weil es einfach nicht so ist. Wir sind kein großer Wasserverbraucher in Brandenburg. Um es mal auf den Punkt zu bringen, es gibt Spargelbetriebe, die verbrauchen mehr Grundwasser in Brandenburg als wir. Um das einfach mal in Relation zu packen. Der Braunkohletagebau, Faktor 100 im Vergleich zu dem, was wir... Faktor 100? Faktor 100. 100 mehr als ihr. 100 mehr als was wir verbrauchen dürften. Wir verbrauchen aber aktuell sehr, sehr viel weniger. Unter anderem deswegen, weil wir mittlerweile unser gesamtes Prozessabwasser bis zu 100% recyceln. Das heißt, wir haben gar keine Prozessabwässer oder nur sehr, sehr geringe Mengen, die wir in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einleiten. Das meiste, was an Schmutzwasser wirklich ins öffentliche Klärwerk geht, sind unsere Sanitärabwässer hier. Das heißt, wir haben unseren Wasserverbrauch schon so deutlich reduziert, dass selbst wenn wir ausbauen, würden wir gar keine zusätzlichen Wassermengen beantragen und kommen mit dem klar, was uns für den Teil der Fabrik vertraglich zugesagt wurde. Wofür braucht ihr überhaupt Wasser? Vielleicht kannst du das unseren Zuschauern einmal erzählen. Also wofür wird jetzt hier in dieser Fabrik Wasser gebraucht? Naja gut, zum einen 12.000 Menschen brauchen einfach auch mal Wasser. Hände waschen, Toilette duschen. Der Wasserverbrauch ist ja schon wie eine Kleinstadt, wenn man das so will. Würden Sie ja ansonsten auch tun. Würden Sie ja ansonsten auch tun, ist jetzt eben hier in der Fabrik. Und ansonsten hat natürlich eine Lackiererei auch einen gewissen Wasserverbrauch. Karossen müssen gereinigt werden, gewaschen werden. Zuluftanlagen müssen konditioniert werden. Also Kühltürme werden betrieben mit Wasser. Aber wie gesagt, der Teil des Wassers, den wir im Prozess, in der Fertigung verwenden, alle Abwässer, die da entstehen, kaskadieren wir komplett durchs System und dann recyceln wir es auch in unserer eigenen Abwasserbehandlungsanlage. Ich hoffe, damit ist das Thema dann wirklich jetzt auch mal geklärt. Und ich hoffe, es kommt dann nicht nochmal irgendwie als Story hoch, weil, wie du sagst, ist es schon manchmal erstaunlich, wie oft das Thema dann immer wieder hochkommt, weil die Fakten sind, glaube ich, eine deutlich andere. Dann gibt es noch das Thema Arbeitssicherheit. Dort liest und hört man auch immer wieder sehr wilde Geschichten. Vielleicht kannst du da mal auch so ein bisschen aufklären. Ja, auch das ist ganz platt gesagt Sensationsjournalismus. Zumindest beurteilen wir das so. Wir legen sehr, sehr hohen Wert auf Arbeitssicherheit. Unsere Mitarbeiter, natürlich wollen wir hier ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen und tun das auch. Jeder Arbeitsplatz wird standardisiert, bewertet und analysiert. Wir haben natürlich genau dieselben gesetzlichen Anforderungen, auch was Arbeitssicherheit angeht. Und auch unsere eigenen Unternehmensanforderungen. Wir trainieren die Leute regelmäßig, haben jetzt gerade den zweiwöchigen Shutdown, den wir leider hatten, aufgrund der Lieferkettenunterbrechung auch explizit dafür genutzt, Leute nochmal in Arbeitssicherheitsthemen zu schulen. Ansonsten sind wir der meist kontrollierte Betrieb in Brandenburg durch das Ministerium, das LAVG. Und auch die haben ja bestätigt in dem Zusammenhang, dass es hier keine ungewöhnliche Häufung von Arbeitsunfällen gibt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, gerade in dem Artikel wurde auch explizit auf die Anzahl von Notarztseinsätzen hingewiesen. Nochmal die Referenz, bei 12.000 Menschen ist nicht jeder Notarztseinsatz gleichzeitig ein Arbeitsunfall. Wir haben hier auch einfach Menschen, die Unwohlsein haben oder auch schon Herzinfarkte gehabt, leider auch schon Schlaganfälle, also wirklich schwere medizinische Vorfälle gehabt. Und glücklicherweise konnten wir auch da über unsere Ersthelfer und unsere ausgebildete Feuerwehr da in der Regel sehr gute Ersthilfe leisten. Genauso wie oft die Frage kommt, hier landet ständig der Rettungshubschrauber. Das liegt ja nicht an uns. Wir rufen ja keinen Rettungshubschrauber an. Das entscheidet die Leitstelle, ob sie einen Hubschrauber oder einen Rettungswagen schicken, basierend auf der Verkehrslage, basierend auf, wo der Patient wahrscheinlich hinverlegt wird, dass man den Weg möglichst optimiert. Das sind alles so Sachen, da wird sehr viel erzählt, da ist wirklich einfach sehr viel Unwahrheit auch dabei. Dann zum letzten Punkt, was ja auch immer wieder angesprochen wird, dass ihr ganz, ganz viele Bäume rodet. Vielleicht können wir das dann auch einmal klären, um es dann danach dann hoffentlich nicht mehr zu hören. Also für die Fabrik wurde natürlich, wurde Wald gerodet, ja klar. Hier war eine Kiefermonokultur. Wenn ich mich recht in Sinne beziehungsweise recht informiert bin, war das ein Wald, der zu DDR-Zeiten damals noch angelegt wurde für die Papierindustrie. Und wir haben hier circa 300 Hektar Wald gerodet größtenteils und haben aber auch 300 Hektar Wald in Brandenburg wieder aufgeforstet, und zwar Mischwald und keine Monokultur. Wo? In verschiedenen Bereichen, aber zusätzlich zu den 300 Hektar haben wir noch mehr kompensiert, indem wir im Radius von 10 Kilometern um die Fabrik herum Monokulturen aufforsten mit Laubbäumen, mit Sträuchern und so weiter, um einfach qualitativ hochwertigeren Wald herzustellen. Das werden wir auch in Zukunft machen. Wir sind ein Unternehmen, was sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Uns liegt es ja nicht daran, Natur zu zerstören, sondern wir wollen sie erhalten. Und das machen wir natürlich auch, indem wir solche Maßnahmen übererfüllen. Super. Dann haben die Themen, glaube ich, jetzt geklärt. Es gibt ja eine gar nicht so bekannte in der Presse, nicht so bekannte Tesla Automation Unit, also die auch von Tesla ist, die auch in Deutschland ist, in der Eifel, gar nicht so weit weg von uns, von 10X, 10A und Freigeist. Ist das ein Vorteil für euch, dass ihr sagt, the machine that builds the machine, die da sind, dass man da eine gute Kooperation hat? Wie läuft das ab? Und vielleicht vorher einmal noch, was machen die da eigentlich? Auch für Leute, die das noch nicht gehört haben. Ja, also das ist im Grunde, wo wir sagen, wir bauen nicht nur die Fabrik selber, die das Auto baut, sondern wir bauen teilweise sogar die Fertigungsanlagen selber, die wir dann in unseren Fabriken verwenden. Und das macht Prüm. Die sind ein Automationshersteller oder Tesla Automation in Prüm. Natürlich, die stellen Fertigungsanlagen her, auch für uns einige hergestellt, vor allen Dingen im Bereich der Antriebsfertigung, Drive Unit und Battery. Und natürlich ist das ein Vorteil. Sie sind ja nur einen Anruf entfernt. Und gerade im Hochlauf der Fabrik hatten wir hier und da sicherlich ein paar Schwierigkeiten, auch technische Herausforderungen. Und da waren sehr viele Mitarbeiter aus Prüm eben für eine ganze Zeit hier und haben uns wirklich geholfen, durch den Schmerz des Anlaufes zu kommen und haben hier sehr viel Zeit auch verbracht und uns tatkräftig unterstützt. Und das ist einfach gut zu wissen, dass wir die haben als Business Unit. Wie gesagt, die sind sehr schnell da. Und wenn wir in Zukunft hier expandieren oder Automationsprojekte umsetzen, sind die sicherlich auch einer wie quasi ein interner Lieferant zu sehen. Das heißt also, die Technologie aus der Eifel wird zum einen hier verwendet. Wird das dann, wenn das gut funktioniert, auch in die anderen Tesla-Fabriken auf der Welt? In China, in Kalifornien und so weiter? Ja, auf jeden Fall. Okay. Tesla ist ja einfach ein Unternehmen, klar, Elon ist auch sehr vocal in seiner Art und Weise. Er sagt, ich will kein Homeoffice, Hardworking, keine Strukturen, wenige Fachbegriffe, die keiner mehr versteht und so weiter. Das ist ja schon eine besondere Kultur. Jetzt kommst du ja auch aus einem größeren anderen Autorenehm. Wie würdest du heute die Tesla-Kultur quasi beschreiben oder wie erlebst du und wie formst du sie auch selber mit? Ja, also sehr vielschichtig ist der Unterschied. Vor allen Dingen sind wir hier deutlich weniger bürokratisch als viele andere große deutsche Unternehmen. Wir sind sehr, sehr viel schneller. Wir haben flache Hierarchien. Und da reden wir nicht nur drüber, die gibt es auch. Ja, also hier gibt es, wenn man auch durchs Büro geht, hier gibt es keine Einzelbüros, keine Vorzimmer. Hier kann jeder zu jedem gehen. Gibt nicht mal einen Chefparkplatz. Natürlich gibt es das nicht. Das beschleunigt das einfach. Jeder kann wirklich zu jedem gehen, der einem helfen kann. Und das leben wir auch im Alltag. Und das macht uns agil. Wir treffen Entscheidungen sehr, sehr schnell. Und auch der Dienstweg nach Amerika, sei es zu Elon selber oder auch zu anderen, ist sehr kurz. Und vor allen Dingen treffen wir Entscheidungen auch damit sehr, sehr schnell. Das hört sich erstmal gar nicht so revolutionär an. Aber ich kann einfach sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, es ist ein großer Unterschied. Zum Beispiel bei uns ein sehr großer Versandunternehmen. Da hat der Vorstand wirklich einen eigenen Aufzug. Da hat eine eigene Kantine. Und es ist sehr klar, dass der Vorstand mit dem anderen nicht direkt interagiert, sondern wenn nur in einem sehr starken Setting. Und das macht am Ende des Tages wirklich einen ganz großen Unterschied. Weil die Leute haben eine eigene Meinung. Die sagen dir auch, André, das ist Mist. Das läuft so nicht. Klar. Versus in anderen Unternehmen, wo niemals einer zum Chef gehen würde und sagen, hier, ich glaube, das ist Mist, was du da gerade machst. Und diese DNA-Kultur, wie immer man das nennen will, ist schon echt was anderes. Und ich habe es auch in Prümmen und auch an anderen Stellen immer wieder erlebt, wie ihr da drauf seid. Und das passt halt sehr gut zu unserem Investmentansatz, weil wir das genau wollen. No Bullshit, flache Hierarchien, nicht irgendwie sich abkopseln durch Fachbegriffe, die keiner mehr versteht, sondern einfach, wir wollen geile Autos bauen, viele davon und schnell und zuverlässig. Und wie kommen wir da hin? Für uns im Venture-Capital-Bereich von Freigeist ist es nachher eine tolle Herausforderung, wenn die Unternehmen dann so groß werden. Wir investieren ja in einer sehr frühen Phase. Dass man viele Hunderte und du hast ja sogar Tausende Mitarbeiter hat. Wie managst du das Ganze? Also habt ihr Asana oder setzt ihr Notion ein oder eigene Software? Seid ihr total strukturiert, wo ihr alles aufschreibt und alles muss abgehakt werden? Oder gehst du eher über die Menschen? Wie managst du das hier? Also definitiv mehr über die Menschen. Kommerzielle Software ist sowieso jetzt nicht unbedingt unser Ding. Wir gehen vielmehr auf eigene Software, auf eigene Lösungen, die wirklich maßgeschneidert für uns funktionieren. Aber was das angeht, natürlich haben wir KPIs. Natürlich haben wir Zielvorgaben, aber nichtsdestotrotz läuft sehr viel über den Mensch. Also es wird eher das Ziel vorgegeben und dann ein großer Freiheitsgrad gelassen, wie man da hinkommt, ohne das jetzt sehr, sehr engmaschig ständig zu kontrollieren. Nennt man Direct Reports? Ja. Also es ist quasi so die Fossilien im Management. Genau. Wie viel hast du davon? Sind das so 10, 50, 100? Nee, 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 nee. Eher so Größenordnung 10. 10? Okay, genau. Okay, jetzt ist es wirklich quasi so. Und die 10, die kommen dann direkt an dich ran. Die diskutieren dann und darunter dann, das heißt über die Menschen. Ihr sagt dann zum Beispiel, wir wollen jetzt so und so viele Autos entwickeln oder wir haben manchmal Probleme in der Lackierei oder wir haben manchmal folgende Themen und dann sagst du demjenigen Manager, du verantwortest das, wenn du die Lösung hast, komm zu mir. Aber ansonsten hat er dann quasi auch die Freiheit, das umzusetzen. Absolut. Und wir gehen wirklich sehr über die Verantwortung. Jemand ist für das, was er, für den Bereich, den er verantwortlich ist, eben auch wirklich accountable. Okay. Also mehr Menschen, weniger jetzt komplette und vollautomatisierte Software. Genau. Okay. Ihr habt ja jetzt knapp zwei Jahre schon hinter euch. Wenn wir hier in zwei Jahren wiederkommen, was würden wir dann hier vorfinden? Wie siehst du die nächsten zwei, drei, vier Jahre dieser Factory? Also sehr spannend auf jeden Fall. Wir sind ja, also ein bisschen müsst ihr euch natürlich überraschen lassen. Wir sind jetzt ja gerade in einem laufenden Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Fabrik. Wir haben bauvorbereitende Maßnahmen wie beispielsweise die Rodung hier im Norden schon getroffen und wollen natürlich mit dem Ausbau der Fabrik weitermachen. Das ist ganz klar unser Ziel, den Standort hier auch weiter zu entwickeln, weitere Produktionskapazitäten aufzubauen. Und Tesla hat eine große Produktpalette, nicht nur Fahrzeuge. Also vieles ist denkbar, aber das, ja, die Details, die werden dann folgen. Okay, also wir lassen uns überraschen. Ihr müsst euch nicht überraschen lassen. Das ist ja jetzt keine Idee. Ja, genau. Das war so ein bisschen der Hinweis, weil viele sehen ja Tesla als Autofirma. Und für uns halt Tesla eine Robotics und AI und Chip, einfach eine Technologie-Company. Energie-Company und natürlich fahren wir die Autos gern und finden die auch super. Aber für uns ist halt Tesla einfach kein Autounternehmen, sondern das Auto ist halt ein Produkt von ganz vielen. Und absolut, ja. Deswegen, weil manche, für manche ist es ja immer noch so, also wenn man den ganzen Research oder auch manche Presse und so liest, dann ist halt einfach Tesla ein Autobauer. Ja. Und baut ihr auch. Ihr baut herausragende Autos, aber ihr macht auch ganz viele andere Dinge. Das stimmt. Ich finde ja super spannend, wie man als Persönlichkeit wächst, ja. Und ich glaube, wenn, als du damals noch im anderen Großkonzern gearbeitet hast, hättest du dir wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass du jetzt heute hier, genau in Brandenburg und so, und was waren persönlich so deine krassen Entwicklungen? Also hast du irgendwie ein Buch, was du empfehlen kannst? Hast du irgendwie ein Leadership oder irgendwas, wo du sagst, weißt du, andere, die auch auf einmal auf so eine Rakete gesetzt werden, ja, und auf einmal irgendwie sagen, was ja bei uns glücklicherweise manchmal auch mit den Gründern passiert, was sind so deine als, wenn ich an so einen Daniel Wiegand nenne, denke, ne, das Lilium Aviation gebaut und das waren vier super smarte Köpfe und auf einmal haben die auch tausende Mitarbeiter, bauen Flugzeug, wie war so deine persönliche Lernding oder was kannst du so Leuten auch geben, die auch in so einem sehr starken Wachstumsumfeld gerade unterwegs sind? Ja, also ich glaube, es ist schon wichtig, einfach auch dran zu glauben, ja. Also du hast es gerade gesagt, ich hätte mir das jetzt auch nicht träumen lassen, aber dann vielleicht so ein bisschen, ja, man wird dann auch ins kalte Wasser mal geschmissen und dann einfach dran glauben, eine Vision zu haben, das hilft sehr, es hilft wirklich sehr, dass man was hat, wo man, wo man drauf hinarbeitet. Ein starkes Team um sich herum aufbauen, dass man das auch einfach nicht alleine macht oder machen muss. Und es hat schon auch geholfen, Tesla an sich und auch die Führungskräfte bei Tesla, Elon und aber auch das Team um hier herum, ja, sind auch wirklich inspirierend. Das muss man einfach auch sagen, das hilft sehr, das Ganze hier aufzubauen, dass man dran glaubt, dass das funktionieren kann. Denn wenn man jetzt jemanden fragen würde, Mensch, kann man hier in Deutschland eine Fabrik in zwei Jahren bauen, würde jeder sagen, nee, geht ja gar nicht. Ist dokumentiert, hat noch nie funktioniert. Genau. Und dann kamen wir um die Ecke und haben es halt einfach gemacht. Und das ist einfach dieses Machen, vor allen Dingen Dinge zu machen, also nicht lange drüber reden und überlegen und abwägen, einfach mal was machen, vielleicht auch dabei Fehler begehen, die dann aber letztlich dahingehend korrigieren, dass man sie nicht wiederholt. Das ist auch sehr wichtig, aber eine gesunde Fehlerkultur gehört auf jeden Fall auch dazu. Nimmst du dir auch bewusst mal Pausen und zum Beispiel sagst du, du nimmst hier Zeit für Sport oder andere Dinge oder bist du so einer, der einfach durcharbeitet? Ich war, glaube ich, lange Zeit so einer, der einfach durchgearbeitet hat. Jetzt bin ich ein bisschen älter und ich merke manchmal meinen Körper. Das ist bei mir so phasenweise. Phasen, okay. Also so phasenweise. Also ich arbeite schon sehr viel, muss man auch sagen, aber auch sehr gern. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, jeden Tag auch hierher zu kommen, wenn es die Zeit erlaubt, eher reisen und ein bisschen was sehen und ein bisschen was erleben. Sport ist ein cooler Ausgleich, aber in letzter Zeit wieder ein bisschen zu kurz gekommen. Im April steht wieder der Firmenlauf an, vielleicht werde ich daraufhin trainieren. Musst du ja, sonst muss ich mitlaufen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier bei dir sein durften. Sehr eindrucksvoll und wir würden versuchen, nochmal deine Anfrage in zwei Jahren zu stellen. Gucken, ob wir dann mal kommen dürfen. Wir sind dann sehr, sehr gespannt, was ihr hier alles baut. Und erstmal, ja, vielen Dank. Ja, sehr gern. Freut mich. Schön, dass ihr da seid. Gespräch, Vielen Dank.